Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich weiter eingetrübt. Das belegen Zahlen des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach sank der Geschäftsklimaindex auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Vor allem die internationalen politischen Krisen trügen daran Schuld, so das Institut. Es befragt jeden Monat 7000 Wirtschaftsmanager zu den Aussichten ihrer Unternehmen.